es ist servus von Herzen kommt so ein neuer Prozent Prozent wo es sich zu werden Matches wir wollen ein Grund werden schattet die Runde rein das Sorgen dann hört mich nicht so So, mit Bad Phase. Was wollen wir denn spielen? Bank habe wirklich irgendwo Bock drauf, aber was? Ich habe heute mal kein Auge gern, entweder der Konsulat oder Bank am besten. Ich hoffe, sie spät, ich hoffe, sie band nicht Bank oder Konsulat. Nein, ich... Jetzt Bank ist natürlich spät. Und dann spielen wir natürlich Auge gern. Ja, ja klar, Leute. Ich fange schon mal gut an. Hoppala. Letzte Folge war ja richtig geil und spannend, muss man echt sagen. Wir bannen natürlich, ich würde sagen, Usa, ne, Usa ist ganz gut. Ich weiß nicht, wie man hier bannt, Jackal. Fettscheiß, ah, wäre auch ganz gut gewesen. So, jetzt müssen die noch bannen zweimal. Ich hoffe, ich kriege das auch gespielt, weil ich muss das gleich noch weg. Jackal, alles klärchen. Das muss ein bisschen zu vieler gehen. So, wenn wir in Bannen sind, dann geht es weg. Kaid, ja, ist normal, glaube ich. Und wenn wir in Bannen sind, dann tue ich die Kavera. Ich hoffe, ich bin nicht der einzige Cigarette-Band. Okay, Kavera, ich war anscheinend... Hab nur getippt. Und wir hatten keine Lust. Part of the plan, Smoky... Egal. Wie immer, Shout-Off auf den Kanal von Niklas Mobile. Gibt es geile Fortnite-Runden und ein bisschen Formel 1 und so weiter und so fort. Und manchmal auch GTA, den kriege ich immer erst da unten, okay. Heute mal wieder bei die Valkyre, wie immer. Wirst du doch, oder? Ja, sonst noch nehmen. Komm, nehmen wir mal bei Rooks. Damit haben wir letztes Mal nämlich auch nice Kills gemacht. Ich glaube, ich nehme heute... Nein, das nehme ich lieber. Schaff auf jeden Fall bei Niklas, das ist auf dem Freien dabei. Auf seinem Kanal Fischblend, unterscheu ich YouTube, glaube ich, oder nur Fischblend. Ich werde auf jeden Fall, wie letzte Folge auch, seinen Kanal verlinken. Damit ihr es auch nicht so schwärmt. Ja. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Erstmal hier. Erstmal hier unsere... ...geilige Sachen hier. Haben wir diese Wand erstmal dicht gemacht. Okay, die Wand haben wir auch erstmal dicht gemacht. So. Diese Ecke schon mal selben ist. Dann kommt diese Wand hier. Weil, warte mal, wo die umgekehrt ist. Ja, auf jeden Fall. Ich mach die Wand zu. Kann man hier auf jeden Fall nichts mehr kommen. Okay, hier kann ich schon mal nicht mehr durchgucken. Aber hier kann ich noch nicht gucken. Dann kommt ich nur mit dem Arme kratzen. Ah, danke. Hier ist auch ein geiler Spot. Ich muss einfach mal auf die Gegner warten. Natürlich, denn dieses Spiel ist wieder mehr, ein bisschen mehr Konzentration. Deswegen, Entschuldigung, wenn ich absolut nicht mehr rede. Dann kommen sie doch vorhin nicht wieder. Dann kommen sie doch wieder. Ah, zack der! Ja, genau! Er wusste, dass ich da stehe! Er wusste es, auf jeden Fall! Aber er hat auf jeden Fall eher geschossen. Oh, das war aber... ...ner Shot. Jau, moin! Also das sind harte Gegner, muss ich sagen. Das sind echt harte Gegner. Und ich hätte vielleicht auch einfach Deffen bleiben sollen. Ich wusste, dass er gestorben ist. So, nochmal zu Niklas. Er heißt Fischbind. Er hat ein Farmpos-Profilbedar mit dem Namen Fischbind drin. 13 Abonnenten, 240 Videos. Ganz nice. Er spielt mittlerweile BO4. Mit der Kuff, äh, ein bisschen Fallgeist. Rock and Luke. Ja. Und auch Rainbow Six, wie ich gerade sehe. Okay. Schaut auf jeden Fall eben mal vorbei. Mega geile Videos. Er hat auch richtig Bock. Unterstützt ihn auch so ein bisschen. Ich wäre nett. Ich wäre nett, danke. Aber nicht so viel. Weil, ihr seid ja meine Zuschauer und nicht einer, ne? Ne, Spaß. Und schreibt irgendwo alle um das Video, was für ein großer Kecke ist. Das wäre schon krass witzig. Ich verlinke ihn natürlich wieder, wie immer, unter dem Video. Also. Äpfel mal die Camps. Ja. Wird sich gut hinschmeißen, da. Ich mach hier erstmal zu. Manche machen das nicht, manche schon. Ich find's viel sinnvoll, dass es so zu ist. Auf jeden Fall. Pala. Das war jetzt richtig dumm. Vielleicht haltet er mich verdreckt. Okay. Perfekt. Aber gut, dass die Dinger überall sind. Ich weiß nicht, ob hier hinten einer zugemacht hat. Das ist zu. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Aber gut, dass die Dinger überall sind. Ich weiß nicht, ob hier hinten einer zugemacht hat. Fliese ich ein? Nein. Wielweiß? Antwort. Wielweiß? Antwort. Wielweiß? Wielweiß? Antwort. Das war's. So, das war meiner. Ah, okay, Maverick. Scheiße, nicht ganz erwischt. Egal, wir haben einen Kill. Eins, zwei, zwei. Aber wir haben auch nicht die Plastik. Er war ja fast tot. Okay, jetzt zweite Runde verloren. Das ist meine T-Map. Oh, weia. Egal, kriegen wir schon ein neues. Kriegen wir schon irgendwie hin. Eins, zwei, eins, so. Wir haben drei, zwei, drei, drei, zwei, ein, eins. Wir haben zwei, eins, null, eins. Oh Gott, ist das schlecht. Ich glaube, diese Runde wird nicht so ganz geil. Nur ich höre als... Schauen wir mal, die zwei Endings. Ich glaube, das sind... Wir gehen wieder ruck. Bei... Da. Oder vielleicht mal leasen, komm. Nee, komm mit dem Jäger, oder? Ja, komm mit dem Jäger diesmal. Jäger ist ja auch nicht so schlecht. Und weil man jetzt den Granatenmove gerade gesehen hat... Pff, das ist ein Wichser. So, nächste Runde, nächstes Glück, ne? Also, wie scheiße, das ist noch mal ganz groß. Loll. Vielleicht noch mal runtergehen sollen, oder so. Okay, komm, komm mit dem Jäger, komm mit dem Jäger, da hinten durch. Scheiße, ich geh mal über da hin. Mach da eben alles dicht. Okay, das ist schon mal zurück. Haben wir hier so ein Ding dran? Okay, das ist schon mal ein Ding dran. A bomb has been located by Op 4. Oh Leute, lasst euch alle weg machen. Hä, wie hat er denn mich gesehen? Wird er mich verarschen? Ich habe ihn nicht gesehen und er hat mich gesehen. Ist klar, Alter. Okay, das werden wir sowas in Art verlieren, ne? Mal gucken, wir sind Attacker. Vielleicht kriegen wir ja jetzt die Runden. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ist mir auswählen, wenn wir jetzt spielen. Wir gehen von Baustelle rein und spielen Sledge. Ich finde ihn eigentlich immer so schlecht. Damage, ja. Macht sogar nicht viel mehr Damage als Pumpe. Ne, jetzt ist Sandgranate. Das ist glaube ich hier in dem Spiel. Hier ein bisschen besser. Weil wenn die geflasht sind, ist das glaube ich für mich gerade ein bisschen angenehmer. Okay. Vielleicht gehen sie einmal eine Runde runter oder ganz hoch. Ich schätze mal ganz hoch. Aber ganz oben ist halt ein bisschen schwieriger. als Dings. Ja, hier unten sind das auf jeden Fall nicht. Die sind zurück ganz hoch. Da komme ich mit einem kleinen Turm. Da komme ich nicht weit mit. An der mittleren Etage sind wir mit Raune. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt sofort sind. Achso, ja klar, einfach mal eben kurz unten angekillt. Ich gehe mit dem Turm hier rein. Wir sind weg, das ist geil. noch mal rein. Wenn der Maverick geht, ist es Wake-Zier. Ja, wir sind weg. Aber einfach hier nicht her, wir sind mit dem raun. Aber wir sind weg. Also hier nicht her, wir sind weg. Oh, hier kann man nicht rein. Oh, hier sind wir weg. Na, hier kommt man nicht rein. Oh, hier sind wir weg. Also hier sind wir weg. Na, hier sind wir weg. Na, hier ist eine Maverick. Das ist schon gut. Wir haben jetzt mal gehört. Na, hier sind wir weg. Also hier, es gibt eine gute Frage. Ich bin auf dem Platz. Ja moin, natürlich von Mew, das ist klar. Mew, du bist ein bisschen kleiner Spacken, ne? Du hast auf jede Runde verloren, das haben wir wohl verkackt. Ja okay, dann bis zur nächsten Runde. Aber die nächste Runde ist Skyscraper, der Wolkenkratzer. Also nicht ganz Wolkenkratzer, sondern den Spunning-Fast. Diesmal dürfen wir zweimal bannen. Ich hoffe, ich habe die Teamkollegen, die vielleicht die Runde ein bisschen reißen würden, wenn ich es verkacke. Nein, nicht wie letzte Runde. Achso, wir bannen Jackal erstmal. Das ist natürlich, also das ist klar, aber das wäre viel zu OP in der Runde. Und dann noch Kev, oder hier Clash lieber, Clash, den wir früher auch mal. Echo. Okay, warum Echo? Okay, dann halt Echo. Also wenn jetzt nicht irgendwie Kev oder Clash rausgewollt wird, dann ist das Spiel nur Schmutz. Kev wäre schon schlimm. Oh, oder K.I.T. Da Kev gibt's, Clash gibt's, das ist schon mal... Ist schon nicht so ganz geil, aber... Vielleicht kann ich ja dann... Ja, äh, Link spielen. Äh, was wollen wir nehmen? Wollen wir auf Fuse nehmen? Ja, komm. Oder, ja, der ist jetzt... Links da, der ist raus. Okay... Okay... Ja, wir nehmen Zero. So... Falls ich gleich nicht mehr reden sollte, tut's mir jetzt schon leid, aber dann geht's nicht mehr. Weil sonst krasse Hintergrundgeräusche hätte. Bitte nehmt das mir nicht übel. Ich glaube, wir gehen mal direkt nach oben. Ich schätze mal diesen direkt nach oben gegangen. Ja, sind's sogar. Aja... Es war schon irgendwie klar, dass sie nach oben gegangen sind. Aber... Hier sind immer die Treppen und so. Also ich glaube nicht, dass das so schwer sein wird, was hier... ... anzugreifen. Oh, fuck. Aber ich habe jetzt nicht viele gesehen, das heißt, sie sind irgendwie verspreut. Okay... Dann lass uns mal losgehen. Dann mal neulich mal ein bisschen schneller. Oh mein Gott, warum... Der hat den ausgelöst und ich bin reingelaufen, oder was? Boah, ist das nervig, okay. Ja, ich bin gestorben und einer von denen ist gestorben. Einer von denen ist gestorben und ja, die sind nur so... Dritte... Einer ist... ... die sind weg... ... nicht mehr... ... die sind deconnected. Schön, vielleicht ist einer gegen den... ... der kann ja... ... keine Kapparat sein... ... ich weiß gar nicht, wie er den gesehen hat... ... auch ein Tritzer und für meinen Gehner... ... aber ich finde ich den Müd. Und die haben ne Miwa... ... ne Gute... ... und ein Kef... ... und, das ist eben wel Pis... 2x2 Mima und der Kluju da wie soll denn das scheiß Ding kaputt das wird mieser nice headshot oh nice run Prozent gut gemacht auch wenn ich dran gestorben das ist Glück natürlich ne Leute ich starte da hinten mit ich habe keine Chance ich bin lieber mein Sledge den Angreifer kann ich ganz gut wegen Älchen muss man richtig gut sein für Finca muss man auf das Video macht äh A's ist natürlich und Jana ist auch ganz stark so so haben wir nicht Jana und Älchen fucking Schrot und Finca für das MG ist die Ak ich weiß gar nicht was für eine Waffe ich habe aber so egal ich hoffe mal das ich glaube nicht dass das äh ne es ist keine Schrot die haben ja ein längeres Magazin und ja vergesst was wie immer wenn ich jetzt immer noch mal bei Niklas vorbeizuschauen er ist verständlich verlinke in diesem unternehmen in der Videobeschreibung ähm ja 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 Oh, du darfst du mal vor. Ich hoffe, es ist mir diesmal hier lang. Wahrscheinlich irgendein Gegner voll in die Arme. Oh, du darfst du mal vor, du darfst du mal vor. Ich spiel' ein bisschen DEF. Nice Jonas. Wer lebt denn überhaupt noch? BAM, Alter, zwei Kills geholt hier. Habe ich nur, ob ich das DEF verfliegen bin. War übelst verschossen eigentlich. Egal, wir haben die Runde geholt. 2-1-0. Nein, 0-1-0. Aber hatten wir mehr Punkte als ich, komischerweise. Ja, das ist frech. Bisschen frech finden wir da schon. Aber ich war vor der letzten Runde auch tot. Vielleicht hat er sich in der SIS ein bisschen länger gelebt. 2-0 für uns. 2-0 für uns könnte eine gute Runde werden, ne? Ja. 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 Ähm. Fahren wir mal los. Sochen die Gangster. Da ist ein Löchlein. Okay. Ich glaub nicht, dass die jetzt 3 mal... Ich hab's nicht daran ernst. 3 mal hintereinander auf... Naja, nicht auf dem selben Spot, aber... Ich glaub nicht, dass es der selbe Spot ist, aber... Und dann find's dann in der ersten Etage. Wenn wir jetzt gleich rausfinden. Ich geh mal von ganz oben an die SIS. Ich bin der Saal in den Körnel. Los geht nicht so. Was ist der schildert? Was ist da, wenn man nicht so geht? Oh, von hinten hab ich mich ja schon. Warum muss ein Dr. Nwomen, alter, what the fuck? Oh, ist das mies, alter. Das war's mit der Runde. Nur mit den anderen Leuten mal ein bisschen zu, oh ja, stolziert da was neu, ich weiß, passiert ja auch nix, weißt du, macht ja auch nix. Kali versucht da ein bisschen rumzupallern, und die Chilter immer noch hier leiden. Und jetzt aber nicht mehr. Das war's dann aber auch mit der Kali. Und da kann wahrscheinlich wieder einer was nennen, also die sind mittlerweile echt behindert, ne, ne, der wohnt von vorne, ich hab' gar nicht gesehen. Er guckt schon, dann muss es erwarten, und verkackt es. Oh, beyer. Immer noch 2, es gibt 2, 1. Ich hab' 2, 2, 0, und der einer ist 0, 2, 0, und grad sogar mehr Punkte. Weiß nur, weil er überlebt. Alle fallen nach oben, okay, gehen wir auch mal mit nach oben. Nimm mal die Frost. Schrotz, schrotz nehmen wir mal lieber nicht. Die macht mir Schaden, gut. Ja, wo wäre die? Wie ist noch immer Frost? Vielleicht laufen sie ja in die Falle, vielleicht nicht. Werden wir ja sehen. Ich hab' ja schon gemacht, weil es gibt ja kein Keller hier, aber... Oh, geiler Bandit-Skin. War mal jetzt ganz gut. Thunderbird, perfekt. Okay, gut, die Käfer hätte jetzt nicht sein müssen, aber... Hab' ich mir sowas wie Jäger oder sowas vorgestellt, aber... Eigentlich alles ist ganz gut. Einfach irgendwie Wände zu machen, es muss einfach richtig sein. So, zugemacht. Einer am besten nur links und rechts. Eigentlich... Es gibt keine Wände mehr, das ist ja Herz oder Liebes. So, vielleicht läuft ja einer rein. Mal gucken. mhm Reload noch rein Keine mehr Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, machen wir jetzt aber mal wieder zu Ja, ist klar Ich habe sie gesehen beim Reinkommen, habe es aber nicht wahrgenommen Wir sind da, die schon schießen müssen Oh, scheiße 2-2, Alter Oh, fuck Oh, Mann, ey, ich bin so schlecht im Spiel, aber egal, wir steigern uns, wir kommen nach oben Oh, Lackrunde, wie letztes Mal will ich nicht haben Ach, ja, so Ich bin immer wieder in den zweiten Schlag, das ist das einzig, was das einzig vernünftige Kamen nämlich halt Durchlaufen sie an die Fallen Ich bin immer wieder in den zweiten Schlag, das ist das Lifene-Lawenz, das ist das Verstehung, das ist das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok, wir gucken erstmal die Camps durch Ok, ich sehe jetzt noch nichts Das ist ehrlich gesagt noch gar nicht da in der Ah ok, die kommt von der Treppe Oh, what the fuck? Wir müssen zur anderen Treppe kommen irgendwie Ok Ich frage mich, wo du siehst Ich bin erfolgreich von hinten gekommen Ich hätte damit rechnen sollen, dass sie genau da um die Ecke sind und dann hätte ich sie wegmachen sollen Egal, das schaffen wir sowieso nicht mehr Jetzt sind wir bei Castle Ja, das schaffen wir nicht mehr Alles klar, dritte Runde, perfekt Mit 341 raus Ahhhh Ja So, das ist entweder das ist Das läuft so auf dem 3-3 oder auf ein 4-2 Wäre ja nice und auf ein 4-2 Wäre ja nice und auf ein 4-2 Mal das in Dings setzen Deiner hat einfach nur Echt geschissen und ich möchte einfach nur die Kanaten abwehren Ach du Scheiße Ja Witzig werden Geil Nur Wolfer haben wir So muss ich ja jetzt aufladen So, geht das zu? Nein, das geht nicht so gut Die hier gehen alle zu, das muss auch zu Lassen Sie sich übernommen Yep, gut Ich meine die ich in die Sie haben die hier Uh, die können auch die Sie sind Sie sind Egal, drei Sie sind Sie sind Sie sind Oh, okay. Ich habe den Void. aber es ist immer gut hier zu stehen so du hast gekockt du bist gestorben so 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.